ja hallo herzlich willkommen zu einer runde outlast 2 die demo ist jetzt veröffentlicht worden am vierten zehnten auf steam auf xbox one auf ps4 ist überall jetzt veröffentlicht worden und da habe ich mir gedacht da kommen da machen wir doch noch mal eine runde outlast bin ich ja so ein fan habe ja auch die komplette playlist auf meinem kanal und da würde ich sagen legen wir einfach mal los und starten mal die demo welcome to the outlast 2 demo you are blake langer man a cameraman working with your wife lynn the two of you are investigative journalists willing to take risks and dig deep to uncover the stories no one else will dare touch you are following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as jane doe the investigation has lead you miles into the arizona desert to a darkness so deep that no one could shed light upon it and the corruption so profound that going mad may be the only thing to do ok dann würde ich sagen legen wir mal los ok ah jetzt schadet er also wir sind investigative journalisten oha oh die stürzen gerade ab ein umgedrehtes kreuz was ist da los ja das spiel kommt nächstes jahr im frühjahr raus und bin ich auch schon sehr gespannt drauf freue mich auch schon wenn wieder ein paar videos dazu zu machen ja vielen dank auch noch mal an darlin die mich dazu gebracht hat outlast und so immer dran zu bleiben und das durchzuspielen auch mit dem wisseblower dlc noch mal vielen dank oha ja wir scheinen jetzt hier irgendwie so ein bisschen abgestürzt zu sein irgendwo gestrandet zu sein guck mal ob wir jetzt unsere brille aufnehmen können da kommen nimm die brille na los setze auf so jetzt haben wieder klare sicht so dann gucken wir mal ich weiß nicht ob wir unseren camcorder jetzt schon haben ah ja den haben wir auch ok mal kurz gucken oha der hat hier echt zu tun ich gehe mal ein bisschen vorwärts so right click ist camera warte mal wo war jetzt night vision night vision ist f genau da brauchen wir jetzt erstmal nicht noch sehen wir ganz gut mouse scroll up ok naja kann man ran zoomen und weg zoomen ok ja grafisch technisch hat sich auch einiges getan im gegensatz zum ersten teil muss man schon mal sagen also holen hier gut was raus aus der engine ich gehe doch gleich mal hier in die erste hütte rein würde ich mal sagen achso die ist abgeschlossen ok ah ne doch ne ist abgeschlossen ok dann gehen wir mal weiter ja die demo gibt es eigentlich schon seit der gamescom glaube ich oder seit seit dem frühjahr irgendwann kam oh was war das seit dem frühjahr glaube ich und jetzt ist er halt für alle verfügbar also kann jeder mal reingucken ich gucke mal hier ein bisschen nachtsichtgerät mäßig oha die batterie geht aber schnell runter wir haben auch nur eine batterie oha oh guck mal da steht einer muss man batterie nachladen aber hätten wir jetzt glaube ich noch gar nicht gebraucht ach gott was ist denn hier kaputt gehen wir mal hier rein da schreit einer hier rein ne gucken wir ob wir hier reinkommen da vorne steht auch ein typ oha der rennt weg ich kann mal hinterher oder das ist irgendwie auch wieder so ein komisches komisches völkchen hier komische gemeinschaft hier ich mach erstmal die kamera aus muss man verstecken so sind wir erstmal sicher naja gut oh hier liegt was ne batterie glaube ich ah die sieht man jetzt richtig gut das ist in ordnung im ersten teil hat man so auch mal leicht übersehen soll ich nochmal die kamera wieder boah maussensibilität muss ich noch ein bisschen einstellen hier nicht weiter mal sehen was jetzt gleich was hier oh hier sind bilder kann ich von vermissten kindern vorne geht einer lang ok ich glaube wir müssen jetzt hier rein ne ich muss durchs fenster oder was oh fuck oh man 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 ja ich verdecke hier so ein bisschen gerade ich sehe das gerade ich verdecke hier so ein bisschen die anzeige aber das steht eh nicht viel gucken wir mal ob wir jetzt hier reinkommen da sind wir drinnen hier geht zu gehen wir einfach hier durch weil jetzt mit c kann man jetzt irgendwie krabbeln genau das gab es am ersten teil auch nicht dass man jetzt richtig sich hinlegen konnte so dann gucken wir mal oder running for an extended amount of time satan in michael die oha ein paar batterien brauche ich jetzt noch nicht nachladen da haben wir noch auf reserve oha was ist denn hier los das sieht nicht so gut aus hier am buch aber zum lesen haben wir noch gar nichts gefunden ne und welche komischen inrichtungen hier oder was oha wir sind irgendwie leichen oder so was oha wir treten gerade auf die knochen rauf ich leid mal nach so dann mal gucken wo wir jetzt jetzt hier gleich jetzt gleich hier eintreffen kleine schaukelpferd so dann springen wir mal rein oha oh alter eine zunge zieht mich rein okay das ist denn hier kaputt so komm hier kamera oh alter alt left okay wir müssen jetzt aufpassen dass hinter uns nichts kommt ja viele neue funktionen auf jeden fall eingebaut ist sehr cool ja nach hinten gucken ich würde jetzt eigentlich eh nichts machen wenn jetzt hinter uns was kommt so ich kann es jetzt nicht ändern schneller bin ich hier nicht ich kann mal hier nach links ich glaube hier gibt es eh nur einen weg hier geht es glaube ich gleich runter ach die scheiße wo sind wir denn jetzt wo sind wir denn jetzt gelandet lol in der schule kommen wir denn jetzt lol wo sind wir hier überhaupt können wir das mal auf der karte einer zeigen hier irgendwas zu lesen vielleicht oder eine batterie wäre nicht schlecht hier ist eine batterie so eine haben wir schon mal ist abgeschlossen wir haben auch katholische schule der weg zum erfolg okay naja also auch wieder hier so ein paar gläubige ja nur komm mal rauf ach so muss ich ziehen oder was press auch rote open oh ja okay ohja da sieht es dunkel aus oh god also diese szene kenne ich hier noch nicht äh habe ich auch damals in der demo nicht gesehen aber auf jeden Fall cool gemacht oh man scheint hier gleich zu kommen oh da hat es wieder was vorbeigehuscht da lacht aber einer musikbox gucken wir mal was das ist naja ich halt gedrückt na gut reicht ne oder was oh steht nun hier hi Len I'm bored ach du scheiße kommt da eine ich wollte hier noch in Ruhe lesen oh gott oh gott oh gott du scheiße abgeschlossen alles abgeschlossen oh gott was soll ich denn jetzt machen hier hier ist noch eine batterie nehmen wir noch mit kommen wir jetzt hier vielleicht raus ja oh jetzt wird mir schon schummrig hier haben wir die Drogen genommen oder was oh 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 kommen wir nicht raus oh 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 Alter oh ja verstecken wir uns oh gott das ist heftig oh jetzt ist da die batterie aller wir haben noch zwei aber ich glaube ich gehe wieder raus und wo müssen wir ja lang hier oder was und hier können wir noch rein oder ja auch nicht und dann müssen wir wieder zurück müssen wir wieder zurück jetzt auch nee hier geht es nicht und dann gehen wir wieder zurück ne hier ist Jessica oh wir können hier rein ah lol was ist denn hier los ist echt schon so mysteriös aber cool gemacht mal hier durchs Fenster da kommen wir raus ne ach shit wollen wir jetzt zurück gehen naja mit Q und E kann man hier so ein bisschen um die Ecke linsen stamped vielleicht noch eine batterie ne oh Jessica oh gut da schneide ich den raus haben wir hier mal kurz gucken Fernseher oh da hat sich einer erhängt oh Gott die Grafik sieht echt cool aus ich brem mal hin oha kommt wieder die Zunge und nimmt ihn weg oh Gott oh Gott oh Gott oh ach doch jetzt kommt das doch mit dem Farmfeld ja stimmt boah schnell weg hier schnell rein hier so ich leg mich mal hin alter Vater das doch mit dem Farmfeld hier stimmt oh die leuchten auf mich oh Gott ach du scheiße und was leuchtet hier auf mich das ist gar nicht kommt hier einer auf mich zu die Schritte kommen immer dichter oh Gott oh da ist er ich renne weg gucken wo wir jetzt hier hin können oh hier ist eine Tonne und rein da ich hoffe mal der sieht uns jetzt hier nicht da kommt er ich hoffe mal er guckt jetzt hier nicht rein da ist er direkt vor uns mit der Taschenlampe jetzt geht er wieder weg Alter was sind das hier für eine Sekte ey ist ja krass ich glaube ich gehe mal oh jetzt muss ich nachladen ich gehe mal raus hier irgendwo wegkommen oh Gott direkt vor uns der war direkt vor uns da ist er seht ihr da den Schuh noch oh Gott da ist er direkt vor unserer Tonne mit der Machete in der Hand jetzt geht er weg da kommt schon der nächste oh Gott oh Gott ja äh was mal gucken was wir jetzt hier noch machen können wir müssen jetzt irgendwie hier weg ich gehe mal raus jetzt er ist direkt oh Gott mal komm rüber hier oh Gott oh Gott oh hier ist alles voll oh wo müssen wir hin ich sehe nichts mehr oh Gott oh Gott ne der macht uns tot hier ne das äh ne das war nicht der richtige Weg mal sehen wo er jetzt gespeichert hat so nochmal das ganze hier kommen wir nicht weiter jetzt muss ich hier eigentlich nach links genau hier lang müssen wir gucken wo wir da hinkommen oh hier rutscht okay die Brille wieder verloren oh 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 wer ist sie denn okay ach du scheiße der hat uns der hat uns die Männlichkeit genommen okay okay das war es das war die Demo oha Mensch 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 auf jeden Fall ganz cool gemacht bin auf jeden Fall gespannt ja wie die Vollversion denn Anfang nächsten Jahres los geht ja gut dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge euer Anderwaterfang Tschüss